Hallo Leute und willkommen hier bei meAppleCat. Ich bekomme kein Update. iOS 13 Beta 3 ist draußen, Freunde, aber ich bekomme kein Software-Update hier angezeigt. Und ich habe mich echt schon gewundert und wahrscheinlich hier auch, dass ihr nichts von mir hört. Ja, die Erklärung ist so merkwürdig wie einfach. Das iPhone 7, auf dem ich ja hier die Betas teste von iOS 13, genauso wie die iPhone 7 Plus, die haben das Update nicht bekommen. Die haben kein Update bekommen auf die Beta 3. Warum auch immer, ob das noch nachgereicht wird oder was da genau dahinter steckt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich immer noch hier auf der Beta 2 und kann euch somit ja keine Neuigkeiten berichten. Verdammte Kacke aber auch, ne? Tja, aber das wollte ich nur mal kurz sagen. Deswegen gibt es von mir hier nichts zur Beta 3 von iOS 13, obwohl sie draußen ist. Aber viele von euch haben gefragt, wie sieht es denn aus hier mit iOS 12.4? Da gibt es doch schon die Beta 5 mittlerweile. Was gibt es denn da Neues? Na ja, gar nicht mal allzu viel. Ich zeige es euch gleich. Gerade läuft hier noch der Geekbench durch und dann schauen wir uns mal ganz kurz hier die Beta 5 von iOS 12.4 an. Man, immer die ganzen Zahlen. Aber das hier mit dem iPhone 7? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was Apple sich da gedacht hat. Ich dachte schon, bei mir stimmt irgendwas nicht. Habe es schon den ganzen Tag versucht, bis ich jetzt irgendwo mal gelesen habe. Nö, kein Update hier fürs iPhone 7. Also, blöd. Und da haben wir die Ergebnisse. 1594 und 27. Schön, 27. Alles hier auf dem iPhone 6 gemessen. Vergleichen wir doch mal kurz in der Historie. Was sagen uns die Zahlen? Sie sagen uns, ja, dass wir zwei Punkte weniger im Singlecore und tatsächlich auch weniger Punkte im Multicore-Score haben als hier bei der Beta. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das war noch die Beta 3 hier am 20. Mai. Also, performance-mäßig hat sich da nichts verbessert. Ansonsten gibt es da auch keine neuen Funktionen mehr. Da passiert nichts mehr. Da werden einfach nur noch kleinste Fehlerchen und Anpassungen vorgenommen und Fehlerchen ausgebügelt. Ansonsten, Freunde, gibt es da einfach nichts zu berichten. Aber wir schauen noch mal kurz, wie viel Speicher habe ich denn hier frei? Das sind 25,34. Merken wir uns kurz. 25,34. Und vor dem Update hatte ich frei 26,4. Also, da ist einiges an Daten zusätzlich aufs iPhone drauf gespielt worden, obwohl die Beta 5 nur 203,7 Megabyte groß war. Tja, und wie viele Betas hier noch kommen mit 12,4? Viel kann es ja echt nicht mehr sein. Vielleicht noch eine, maximal zwei. Und dann war es das aber auch hier mit den Betas für die alten iPhones, die jetzt hier ausgemustert werden. iPhone 6, iPhone 5s und natürlich alles, was noch darunter liegt. Ja, aber vielmehr stört mich ja hier, dass ich hier nichts von der Beta 3 bekommen habe. Ich hätte euch so gern was gezeigt, aber keine Sorge, sobald es das dann vielleicht doch noch gibt für das iPhone 7, reiche ich das natürlich nach. Ich wollte euch nur kurz informieren, Freunde, das war es auch schon. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.